Äh, nee, ich will das letzte Mal nicht mit. Ich gehe jetzt duschen, muss noch was erledigen und dann gucke ich vielleicht im Stream noch weiter mit. Je nachdem, wie lange du noch gemacht hast. Ach, keine Ahnung. Ich würde gerne einfach dieses letzte Spiel mal gewinnen, endlich. Ja, du musst bedenken, jetzt spiel ich ja nicht mehr mit. Jetzt gewinnt ihr. Hä, was hat das denn mit dir zu tun? Weil ich heute irgendwie die Niederlagen anziehe. Quatsch. Auch in anderen Spielen. Ich habe heute wirklich auch in allen anderen Spielen immer nur verloren. Oh nein. Ja, heute ist Pechtag für mich irgendwie. Passiert mal. Nee, ich bin raus. Alles klar, danke fürs Mitspielerfühl von Maddy. Jo, dann vielleicht noch bis nachher im Stream. Jo, alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. So. Ich lebe jetzt leider nicht so erfolgreich. Aber das kriegen wir noch hin. Stimmt. Das ist ja wirklich nicht mehr viel. Es ist nur noch ein Viertel. Alex müsste nur seine Rolle einmal picken. Möchte noch jemand mitspielen, der zufälligerweise gerade da ist? So ist es ja nicht. Erst Schleim und dann frech werden. So, ihr überlebt, man Dark. Muss ich erst mit LOL anfangen, damit du gewinnst Sternchen? Nein. Beweise ich dir jetzt in diesem... Achso, ja, stimmt. Oh, wie schön. Das ist voll bies. Dieses System. Es baitet dich total. Naja. Mitte. Gott, Akali Mitte wird richtig fürchterlich. Aber das kriegen wir hier hin. Und wenn sie jetzt echt gewinnt, fühle ich mich doch arg. Naja, irgendwas Negatives. Hey, warte. Du willst jetzt echt nicht, dass ich nicht gewinne? Nur damit du... Das ist aber auch gemein. Von dir. Wie finde ich das denn? Ich habe ganz schön lange nicht mehr in meine Mails geguckt. Irgendwas Spannendes bei. Niemand hat einen Artikel favorisiert. Eigentlich musst du die anderen LP Chests auch noch kaufen. Dann kannst du... Free Argument Case Blaupausen. Dann kannst du eine herstellen. Ja. Ich habe ja das Icon schon von Katharina fertig gemacht. Ich habe ja noch diesen Skin von Fiora. Da würde ich gerne eigentlich die Sachen fertig machen. Aber irgendwie ist das halt so... Das ist natürlich einfach so hier... Ich schmeiße dir so ein paar Happen hin, damit du siehst, wie cool das ist. Und dann... Dann kannst du... Dann kannst du sagen... Yo. Jetzt kauf mal ein bisschen was für Geld. Das ist frech. Einigen wir uns daraus, Sternchen. Denn wir sind einfach gemein zueinander und deswegen mögen wir uns. Ja. Das können wir machen. 680 Federn, Dark. 41. Kann ich eigentlich mit ihm auch die Federn abrufen? Nein. Das geht nicht. Wie lustig. Tareks Gesicht ist einfach so abgeschnitten in dem Bubble. Geil. Hast du schon, du machst es doch so, dass du jetzt nie wieder unter... Ähm... 43 Stunden. Krass. Dass du immer über 1000 Federn bleibst, ne? Ja. Was ist mit den Federn? Du kriegst, äh, alle 5 Minuten? Kriegst du... Kai, was ist denn heute los? Seit wann streamst du denn das noch so spät? Ich möchte ein Hoodie kaufen und brauche dafür einen dritten Win. Deswegen bin ich noch online. Ähm... Das, äh... Oskar, das ist ein Federnsystem, quasi ein Tokensystem. Du bekommst alle 5 Minuten 4 Federn von mir. Du kannst diese 4 Federn dann eben für diese Beutezüge, die alle Leute hier gerade immer wieder spielen, einsetzen. Und entweder hast du Glück und du gewinnst Federn dazu oder du verlierst eben die Anzahl der eingesetzten Federn. Du kannst diese Federn aber auch nachher nutzen, um an Giveaways teilzunehmen, Songs zu requesten, meine Quotes abzurufen und dergleichen. Das war's eigentlich. So. Sakura Kama. Das ist ein schöner Finn. Und hi, Gent, wie geht's dir? Bist du eigentlich jetzt in Gold? Eine Woche Urlaub jetzt. Na, schön. Wow. Sonst gewinnt immer Dark für sich allein und jetzt gewinnt Tasha immer für sich. Ihr beiden, ne, Dark und Tasha, ihr mördert doch die ganze Zeit in dem Spiel eure Leute ab. Eure eigenen Teammates. Lässt ihr ihr wahrscheinlich aber alle so schön looten und dann sagt sie so, oh. So, erst mal Team ausgerottet. Ja, ehrlich, ey. Hallo. Hallo. Willkommen zurück, junger Recke. Lol, ich war die ganze Zeit gemutet. Ja, das ist richtig. Ich hab die ganze Zeit rumgefallen, dass ich meine 300 Fehlern verloren hab. Aber wenn man alle das vorbereitet, die ihr verloren habt, dann weiß ich auch schon wie weit. Den Karma in der Mitte. Interesting. Wie viel hätt ich jetzt schon? 1600? 1700? Warte, ich guck mal eben, wenn ihr nie was gespielt hättet und einfach gesammelt, ungefähr. Der Bot, der hat jetzt 2000. Wie viel 2000? Ja. Ja, da hätt ich 1800. Bei mir fehlen zwei Stunden. Wie viele Stunden habt ihr? 41. Du hast 43. 41. Du hast 43. Ich hab 14, aber ich war da auch schon... Nein, ich hab 41. Nein, du hast 43 Stunden und 41 Federn gehabt. Ja, du musst ja jetzt auch schon Tor und Federn oder so von... Du hast 43 Stunden. Ey, da stand grad wirklich was mit 43, Mann. Immer dieser Ballast. Trauer, wieso das? Hä? Wer trauert hier? Wir fehlen zwei Stunden. Achso. Nein, Maske, ich bin noch nicht in Gold. Ehrlich nicht? Alter! Warum? Komm, du musst in Gold, machst die anderen Leute runter. Wow. Nein, gar nicht. Hä? Ach. Hat sich nur so... Mute dich einfach wieder, bitte. Es war so angenehm, als du gemutet warst. Wie lange war ich jetzt eigentlich schon gemutet? Also, ich glaub... Irgendwann, zwischenzeitlich im Spiel. Ich hab da ganzes Spiel schon nicht mehr geredet. Irgendwann so... Ich hab die ganze Zeit gesagt, man soll zum Böden kommen. Ja, das... Ach, du Scheiß. Ich hab die ganze Zeit gesagt, man soll zum Böden kommen, weil die den einfach waschen... können. Das hat nicht funktioniert, du. Scheiße. Ich glaub, ich werd gleich gegangt von Twitch unsichtbar. Alter, ich... Ich hasse... Das ist fresh. Ja, komm. Wo... Wo bist du? Töte mich. Nein? Pass auf, Isa. Kann sein, dass er dann auch im Early die direkten Mitte gankt einmal. Wer ist denn der Jungle von der? Twitch. Oh, okay. Machen manche halt Wettbewerb in der direkten Mitte. Hm. Habe ich eigentlich so wenig Magieresistenz mit ihr? Aber, Gent, hast du es aufgegeben, nach Gold hochkommen zu wollen? Oder woran scheitert's? Alter, ich bin da mit der größte Verloreste. Ach, komm. Leute, ich dachte, du wirst trainen. Ich dachte auch so, hä? Aber nee, ich hab eben so den Chat gesehen, da dachte ich so... Okay, Tobi. Maski, ich hab seit drei bis vier Wochen keinen Rank mehr gespielt. Der Ausstieg wird jetzt im Urlaub geschehen. Ich hab einfach keine Zeit dazu. Achso, krass. Ja, mein Gott. Ist dann leider so, ne? Bald, Tobi. Bald, wenn ich Akali Level 5 bin, dann kann ich dich supporten, bis du wieder glücklich bist. Kann ich aber lange supporten. Ja, weil ich mit Alyssa erstmal mega verkacken werde. Arik. Ich glaube, ich kann gar nichts machen. Tobi, ich kann gar nichts machen. Ich bin einfach dicht, wenn ich's mir wurscht. Pass auf, ich bin weg. Hm. Au, 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 au. Noch viel Kraft. Alyssa im Jungle. Ja, das werde ich bestimmt als erstes da machen, Dark. Keine Ahnung von Champion, aber Alyssa im Jungle. Weil ich Jungeln auch so richtig gut spiele. Ich wüsste, dass gerade Mitte geht wahrscheinlich runter. Die Kammer hat übrigens Barrier, ne? Mann, ich hasse es, wenn mich ein Award in den letzten drei Sekunden noch spottet. Was denn, kaputt machen kann er oder nicht? Ja, man gewöhnt sich. Nein, ich kann das nicht kaputt machen, aber es triggert halt meinen Scheiß. Ach so, das meinst du. Boah. Warum? Warte, Tobi, komm mal, ich kann einmal herum. Na, geht nicht. Ich brauche Hilfe damit. Gottland Tribe erschwordet. Ich habe vor drei Wochen meine alte Katze einschläfern lassen müssen. Sie war 16 und habe jetzt drei kleine neue Racker. Das ist kein Ersatz, hilft aber extrem. Oh nein, Gern, das tut mir voll leid. Mein Beileid. Ich bin nicht geknuddelt. Auch wenn ich nicht gerne knuddele. Sind auch überall nur Cancer-Gegner heute, ne? Alter, was macht die Vane denn da? Die haben ja nicht mal Leben verloren. Ja. Tobi, hast du noch Lenten? Ne, drei Sekunden. Okay. Zumal, ich muss aber jetzt auch Tarn again. Wenn ich den Arten kriege nicht, ist nur so schnell los. Nein. Schade, wir haben mein Flash noch so durchgekommen, dass du übrigens Niku noch überlebt hättest. Ich hätte nicht nur Tower Diving gehen müssen. Top ist lost. Mitte ist echt nicht easy. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich hab gleich da wieder Okay, gut Oh, oh, oh Ich mag einfach keine Vayne-Spieler, die es nicht können Ich hasse diesen Champion Er ist so behindert einfach Er ist so richtig Kacke Ich hätte da nicht rein müssen Ah, Mückenstich Nicht kratzen Wenn ich nicht kratzen darf, darfst du auch nicht kratzen Alvio? Was steckt der eigentlich? Der ist bei Justin im Stream Wie bitte? Hm? Was? Was denn? Was hast du gerade gesagt? Ich kratzen mir die meisten immer so lange auf, dass die bluten Ja, ich auch Also ich hatte das früher mal extrem, da waren meine ganzen Beine einfach nur voller Schorf oder so oder Weiß ich alles Errotes Obwohl, momentan geht es eigentlich, seitdem ich nicht mehr rausgehe Ach so Ja, ich hab auch Ich hab auch eine Mutter Ich hab auch eine Mutter zu ihrem Sohn sagen lassen Du musst nicht rausgehen Du musst nicht mit den anderen Kindern draußen spielen Und zur Bude brauchst du auch nicht gehen Ding, da bist du ein Penner, wenn du zur Bude gehst Wo ich dachte so Ich hab Bude Ja, zu so Buden So im Kiosk Ach so Tarek ist hier rum Aber was ist das für eine Mutter, die ihrer Tochter wirklich sagt, du brauchst nicht Ihrem Tochter Ihrem Sohn ra- sagt Du brauchst nicht rausgehen Hey Hey Okay Israel, Ulti raus Plätz Plätz Alter, der Champion macht so viel behinderten Schaden mit dem Kakaidun Hm, schade Ich mag diesen Champion nicht Egal, wir haben den Lakecam und Verwender die Mechanik Pfff Okay Sternchenwilpse in einer Stadt, in der sowas wie Schakelene mach mal Erfunden wurde Ja und ich arbeite auch wirklich in einem der schlimmsten und asozialen Stadtteilen von Essen Und es ist einfach Ey, aber wirklich So denkst du Wie kann sowas sein? Aber gerade Kinder sollten doch rausgehen Genau das ist es ja Mach den jetzt raus, Eber Bei mir bekommt man ab 12 Jahren oben Oh mein Gott Die beiden Mechanics, Alter Agree Die Minions Fahr'n aber auch Ciao Ich würde behaupten, das war jetzt gemein Ist er mit den ersten Turret? Vielleicht bitte Bin da Oh fuck Oh fuck Ich hab keinen Jump mehr Oha Lale, what? So Schleich Hm, ist der komische Heini wieder da? Nee, nee, nee Kannst mal gut sein, du Ich hatte damals, als ich noch Marktleiter war, mein Laden genau im Dreieck zwischen Oberhausen, Münheim und Essen War auch keine sozial Ah War bestimmt eine richtig schöne Gegend, so Ach, unsere Städte sind wunderbar Passt auf, dass die nicht unten alle jetzt kommen Was sind diese Wellen? Was sind diese Wellen? Oh, hier kommt die Wellen Mechanics! Nein! Wellen Mechanics, ja Ja Alter, die ist so scheiße Das ist unglaublich Winterberg Grenze war das Alter, geil, doch Doch Das unlucky game, Alter Ich selbst, ich kann momentan nicht mehr mehr gegen Ezreal so häufig fighten, wenn irgendein anderer dabei ist Weil er mir zuviel Scham macht schon Weißt du, die Wellen pummelt in den Ezreal rein, wenn sie Half-Life ist Toll, Karma hat keinen Flash mehr Das sind halt die Wellen Manes Frag doch mal, warum ich immer rumhole, wenn ich eventuell einen Wellen bekomme Okay, aber momentan geht das so langsam, weil die halbwegs wenigstens eine Articarrie spielen können, aber Ich hab auch Hilfe damit Ey, aber die Wellen ist sogar Platten 5 und Tapu hat 101 Wellen ge... Oh Scheiße! Hä, wie kann die denn so beschissen spielen? Wer hat die denn geboostet? Gegner in der Mitte sind weg Ja, Mann, was ist das? Ich hab's Anruf mir nicht Ich hab keine Lust mehr Bin auch mal raus, für Spaß noch Gute Nacht dann Vincent, vielen Dank fürs Zuschauen auf den Tag Sonnenweiners Alter, die ist halt... äh... Der Schaden ist shit, ne? Alter! Vor allem, er slowt dich einfach mal so dreckig Aber kein Problem, Wellen ist ja wieder da Mhm Ja dann, Gott sei Dank! Naja, ich geh... ich bruttiere mich da mit Janelle, pusht nicht zu weit vorne, dass sie nicht nachher von der Gekatsch steht Ja, was sind die Wellen-Mechanics wieder da? Na, Alter Pass auf, wir haben Tobi gesehen, weil er die Linten zu spät geworfen hat Jaja, richtig! Das ist schon mutig! Lex! Er fragt ernsthaft nach Lex, egal! Ah, ne, Alter, das glaub ich Will er nicht geflamed werden Will er nicht geflamed werden Ja, der war schon drauf, aber okay Ist ein ordentliches Spiel Ja? Ja, aber... Schlipp! Was ist das denn? Ist das denn? Schlipp! Och, du bist! Nichts, du bist! Es ist schön, dass ich einen Klett finde, ist immer noch, wenn er seinen Scheiß-Feed dabei hat, kann er nicht gewonshottet werden. Oh, ich komme, ich möchte Twitch haben. Es ist ja nicht so in der Mitte. Vein Mechanics. MEIN MECHANICS! Sie hat mich gefeift! Beste Artic Hell- Oh, F-O-L-Ult. Zum Glück habe ich wohl die Vein hinterher schicken und gucken, was die macht. Sonst wäre ich voll in die F-O-L-Ult gerufen. Hahaha, geil. Alter, ich hasse sie, Mann. Das ist so gut kratzen. Ist so, er hat kein Flash mehr. Er ist tot. Ich habe meinen besten Kumpel mal den ganzen Tag mit Yin und Yang generiert, weil ich irgendwas in Kunst und Scheiße gemalt habe und das Yin und Yang genannt habe. Der hat mich... Ich habe meine... Ich habe meine... Ich habe meine... Ich habe meine Kaffiert. Das hat er mir... Das hat er mir wirklich gemacht. Aber nur auf der Backe. Oh, Tobi, der ist gewonnen! Ich habe meine Kaffiert. Also irgendwie... Ich muss ja sagen, Tobi tut mir ein bisschen leid, dass es heute ist, weil ich diese Phase auch schon durch hatte. Aber... Ein bisschen ergötze ich mich davon ja auch. Hä? Alter, du willst... Du willst echt nicht Auto stecken, oder? Du willst nicht! Hä? Wie hat mich das denn jetzt doch... Naja... Wie geht's denn? Nein! Nein, ich facke! Oh, sag das doch, dass du kommst. Ich bin noch... Weg! Just in diesem Moment. Quatsch! Bitch! Ich bin der Gott! Pfff! Vorsicht! Er kommt zu dir! Ja, der kann mich mal! Sag es dir! Guck dir das an, wo der hinrollt! Ja, du warst ja auch zu dir! Der hat einfach keinen Plan vom Leben! Okay. Siehst du, steht direkt überlebt der Rest. Ja, es ist ja auch so. Ich geb dir da absolut recht, Taschan. Ich glaub, Dark bringt einfach alle Leute um in dem Spiel. Wir kommen zu euch. Ey, du mein scheiß Rundig, Echo hat die Eiskalt noch gekillt, ich liebe es. Hier ist Tarek. Alter, ich hasse die... Ich brauch Hilfe. Wir sind reich. On my way! Meistens ist das echt so. Und ich weiß nicht, wieso. Ich hab's ein Leben genommen. Ich hab's ein Leben genommen. Ich hab's ein Leben genommen. Soll das ein Leben holen... Okay. Au-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-i. delivering! ... ... D ... oooooch Alter, ihr werdet hier von den Tisch kommen aber auch schnell Was machst du jetzt, Ise? Gucken, was passiert. Autsch. Ich habe aber erst mal noch mitbekommen. Unsere Reine mit den Mechanics. Eigentlich Zeit für ein Fior, um ehrlich zu sein. Ja, gucken, ob wir nicht unbedingt einen Tower aufhält gehen, aber... Ja, ja. Den Tower könnten wir verlieren, wenn Fiora den da oben bekommt. Das ist immer noch ein Super-Worf. Mein Arm-Darren. Oh. Warum mache ich das denn? Ich habe doch schon Tarek gesehen. Habe ich mein Damage um ein bisschen zu überschätzt. Gut, dass die Minions sich gerade davor geschoben haben. Eui, eui, eui. Tobi, ich muss dich alleine lassen, leider. Schau mal, aber sofort wieder. Geht zwar nicht. Okay, sorry, du, aber es geht... Nur, dass du weißt, dass ich Briefe an dich schreibe. Und sie wieder zerreiß. Will keiner den Mittler hinfahren? Doch, ich komme. Ihr habt doch gesagt, ich komme. Nein, ich wurde noch gestandt von unten. Oh, Mist. Oh, mein. Kein Problem, Katniss, der die macht hat. Ja, die macht das locker. Ja. Ja, ja. Ja, fast. Ja. Ich fühle mich echt ein bisschen unsicher, wenn sie da ist. Die ist 100 pro Challenger. Ja. War der Tag dann angenehm? Ja, total. Was hast du denn gemacht, Tobi? Du hast ja auch Ferien. Oh, Mann, ey. Ich fühle mich bei League of Legandas aufgeregt. Oh, sie schreibt einfach nur Frage, sei denn nicht mal ein Ausruf, sei denn nur ein Wettbuff. Ja, das ist egal, was ich für einen Fisch mache, hauptsächlich habe ich den Kill. Schwitz ist hinter euch. Den Hook habe ich auch gesehen. Ja, warum ist er daneben gegangen? Oh, er hat schon in der Heal gewonnen. Da war Schenkel sogar dabei. Oh, Tobi-Line. Das ist aber gut, denn das Team verlässt dich aus dem Supporter. Ja, aber Batsch will Mercy und dann reden wir weiter, Dark. Tarshan ist geil als Mercy, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mir das geilste Tracer-Spiel ermöglicht, das ich hier hatte. Daft den Tower. Ich möchte nicht die mit dem Rocket-Kill. Mit dem Tick. Wow. Mit dem Butt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Look at her Butt. Boah, hey, was macht sie denn da auf? Pfff, ich kriegst die Lente. Nein, kann ich nicht. Egal, dann krieg ich im Back und kaufe mir Items. Ich hab irgendwie zuerst so Tierruhber, aber ich hätte da rüber gehen müssen, wenn schon. Oh, wer ist jetzt tot? Fängt tot. Wie kann man denn auch so weiter vorlaufen die ganze Zeit? Wie kann man denn nur so gut sein wie die Wellen? Ja, aber wenn dieses Kack-Geräusch doch kommt und ich zu zweit nur in der Mitte stehe, dann denke ich mir doch schon so, oh, das wird bestimmt. Alter, ich habe keinen einzigen Fisch in dem Game. Doch, einmal. Nein, du bleibst da. Alter, ich habe gerade die ganze Zeit mich auf meine Sonne verlassen, obwohl ich das noch nicht mal abhatte. Das ist ein Tag-Team. Bisschen attacken und wieder weggehen. Bisschen attacken und weggehen. Dann kommt die Wellen und macht alles zunichte. Ja, und dann kommt die Wellen und meint so, ich brauche Farmen, lass mich doch den Midlane-Farm nehmen. Und denkst du so, hallo, ich bin auch nur Level 14, hab nicht alle Items behindert oder was? Ja, die schon. Und zwar stark. Warum hat sie jetzt geultet? Aber... Kann ich dir nicht verraten. Ich weiß, dass ich Israel aus dem Leben nehmen kann, wenn er alleine ist. Aber er hält mich so gut auf Distanz. Ich gehe mal hier... Ah? Innen macht mir der die Frontline. Wie kann man denn so... Sag mal, bist du total behindert oder so? Das spielt aber auch so ungeschickt. Der Hinn hat aber was bekommen, Bot. Ja, ehrlich. Alter, der Klett kann ja auch alles überleben, oder? Hä? Komm her! Ich weiß nicht, dass er einmal kurz den kompletten Fokus verliert, wenn er von diesem Scheiß abfällt. Ja. Das ist einfach so lächerlich. Und wenn er aufsteigt, auch wieder. Wohin mit dir, Junge? Ja, tschüss, Alex. Hau hin! Scheiße, warum kommt denn jetzt Thunderlord? Und dort ist die Vane. Ich hätte nicht einmal jumpen können. Ja, Vane Mechanics! No last, Tobi. Mensch, Tobi, hättest du nicht früher dein Autothek machen können? Das war jetzt alles dein Fehler. Vane hätte überleben können und Kevin tun. Das ist im Pod wirklich keine Beleidigung, wenn du sagst, bist du behindert, oder was? Hm? Das ist eine normale Frage. Ich hätte auch mein Lockett machen können, oder meine Weh werfen können. Und ich habe gedacht, nein, ich verdient. Ach. Die Vane kann einfach aufhören zu schreiben, weil... Ach, ich habe sie schon seit dem ersten Moment angemutet. Genießt die Stille. Angemutet? Gemutet, habe ich gesagt. Job is lost. Das ist richtig zu... Gen, das ist richtig. Assem Pfennig ist eher beleidigend, wenn man Behinderte nicht als normale Menschen betrachtet und sie von... aus dem Fall lässt. Das ist auch korrekt. Da verdammt. Da war das! Ich fände diese Stille so genau. Anwesstum. Da war das! W-w-w-was kann die Vane eigentlich? Alter, wie schnell haben die den scheiß der... Nice to be? Weiß ich nicht. So, ich habe ihn. Was macht ihr da? Den Drake steal. Oh. My. Gosh. Also, ich habe den Drake steal. Ich habe den Drake steal. Lol. Als ob ich hier... Hä? Holy shit. Nein. Der macht ja doch schon Schaden. Wer die Vane? Ich pot, ich darf alles. Ey, wir haben zwei Spiele heute Abend gewonnen. Zwei. Ja. Ja, schon ein bisschen, ne? Ey, 4.5-0. Ich auch wieder, so. Aber das können wir doch noch gewinnen mit unserer unglaublich guten Bane. Ich bin ja schon stolz auf Vane, dass sie auf Karma gegangen ist. Also, Mist. Ich will da jetzt doch den scheiß Hauch. Alter. Alter, könnt ihr mal den Tower angreifen? Ich habe einen Defiler getötet, alles klar. Das ist mittlerweile egal, wenn man sieben Games verloren hat und eins gewonnen hat. Nee, der hat die ganze Zeit mit mir gefeiert. Er hat dann Shotgun-Geschuss gewartet und hat gewartet, bis er den nächsten... Der Nächste kam nur nicht raus, weil ich ihn vorher getötet hatte. Will ich jetzt auch sagen. Ja, geh, Vane. Los, geh. Jetzt sind zwei Leute von uns tot. Komm, mach es. Mach es. Ach, Leute. Das ist ein schönes Spiel. Das ist ein grandiose Spiel. Ich will auch nur ein Hudi. Geht das wirklich nicht mit Narben? Ja, wir sind auch nur drei Leute. Ich weiß nicht, ich verstehe ein Matchmaking mit einem Projecting. Kann man ja nicht. Aram, einfach mal probieren. Ja, lass mal einen Aram gleich wirklich mal probieren. Hier im Pod ist selbst in Bezeichnung Gesichtsrentner oder Flachpfeife. Keine Beleidigung. Ist wirklich so da. Kannst du nachlesen. Das ist richtig kacke. Habt ihr noch Platz im Aram? Ja. Wir sind nur gar zu dritt. Kannst du dann locker mitspielen. Das Spiel hier, das wird ja auch nicht mehr so allzu lange dauern. Hoffen wir mal. Wir finishen das nämlich jetzt einfach. Das könnten wir verächt. Wir müssen jetzt wirklich pushen werden, oder? Jetzt lebt ja jeder von uns. Bei denen lebt nur der Switch. Kann nur einfach Baron machen. Nein. Wir haben heute keine Minion. Das ist ein Twitch. Wo? Ja. Inhaltspolen. Akali is useless. Überhaupt nicht! Na toll. Ich kann Nashor nicht anstrengen. Ich muss schon mal smiten, ich muss weg. Wir kommen jetzt. Steh einfach. Aber, aber, aber... Ja... Ah... Ah... Du... Das ist hier alles hässig. Damit musst du klarkommen. Oder man zeigt... Wo der Frosche Locken hat. Das stimmt allerdings. Ich hab gewonnen! Was hast du gewonnen? T da. Ah... Sehr cool. Er sagt, die Vayne, die ist ja zum Kotzen schlecht. Ich hab schon lange keinen Spieler mehr gesehen, der 6-14 stand. Das ist schon echt... wie Tobi Ritty hier zum Kotzen flicken könnte. Kein Problem. Ich kriege das hin. Alter, die Vayne wird immer richtig hart reportet. Man kann gleich wieder reporten, wenn der 6 ist. Oh, doch! So was kann man reporten. Ich könnte doch mal sagen, aber das darf ich mal. Ey, ich bin Support, ich darf 1-11 stehen. Nein, ich meinte ja, weil Vayne Platin 5 ist. Ach, Platin 5 ist sie auch noch. Platin 500 ein Vayngame. Aber wie? Ich glaub's ihr nicht. Den Pott muss man lieben. Aber wenn man damit Probleme hat, dass dir jeder seine Meinung ins Gesicht sagt, dann ist man hier echt falsch. Absolut richtig. Wahrscheinlich beschreibst du den Pott perfekt gerade. Oder wie nochmal mitspielen? Und einen Kill machen? Gibt's aus, ne? Nein, sieben vom Kill. Alter, die wollen das echt nicht vermischen. Def it! Def it! Leute, Twitch ist weggelaufen. Ist schon blöd, wenn man zu blöd ist, ums zu beenden, oder? Ja. Ja. Ach, scheiße, man kann ja nicht mal mehr die Pinkwood-Upgrade da kaufen, ne? Oh, ja, ist noch ein Pinkwood hier für irgendwo? Ja. Wo soll er hin? Genau da hin. Boah. 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 Da wird's da mal ein Pinkwood hingeklatscht. Boah. Boah. Das war... Close? Bisschen. Wie mächt'n ihm ist auch Karma hier eine richtige Bitch. Jo. Ist so. Kennt. Boah. Boah. Klar, Alter, das... Das Wichtigste ist das echte Elder Dragon. Und die Vayne ist tot! was hat sie denn so gemacht, wogegen hat sie jetzt gefightet? wogegen hat sie denn jetzt gefightet? gegen Ezreal achso sie hat zwei Qs gemacht hm, klingt gut so jetzt lebt Fitch wieder, jetzt kann kein viel spaßig sein hm ich sichere einmal Toplane ab, dass er nur von unten kommen kann aber die werden uns eh gleich überrennen einfach ja, werden sie auch ein Beispiel, du kommst mir läuft, ich sage dir ohne Blumen vor dem Mund meine Meinung dazu und nach fünf Minuten knuff ich dich wieder Nummer eins kommt angerannt die Frage ist nur wo oh da oh, ich werd grad die Lanta bringen Alter, mit Nasenbass, äh mit Klettesternbass, was ja auch richtig nass wenn alle hinterherlaufen mit dem Moves mit sich oh ja dann wird da mal Hackerin vor ich glaub der kommt aber leider nicht mehr zu den Worlds darf er nicht mehr gespielt werden beziehungsweise wird er nicht gespielt glaub ich auch nicht, weil er dann zu wenig Practice hat immer noch aufpassen, hier ist irgendwo Twitch ja Mitte ja, das war's jetzt oh mein Tattoo juckt grad so, oder? ungewohnt äh, ggwp das ist vornormal hier wir haben noch lange nicht verloren, Tobi ja das ist auch gut so, Deutschland ich meine aber echt die Musik ja kalt die Marmurie also du kannst ich soll nur sagen, jemand kann mir anschreien und so ach ja das darf mir noch, gah klar ich schaff das, Jungs ich glaube an euch ganz locker ja nein, ich hab hier aber noch Kill geholt und jetzt chasen sie ich hab überlebt überlebt in Anführungszeichen müsste ich mal sagen